Jurassic World, gerade der erste, als Blue und die Raptoren das erste Mal so richtig vorgestellt worden sind. Absolut genial gewesen. Großer Fan eigentlich davon. Shared Jurassic World und Jurassic Park damals ist was für euch, oder? Oh. Ich mein, die Filme sind Kult. Die waren absolut legendär. Für die bin ich zu jung. Das heißt, ihr zu jung? Ja. Ich hab den Hype nicht mitbekommen. Und inzwischen kann man sich die nicht mehr angucken, wenn man nicht den Hype hat, finde ich. Ich bin schockiert, erstaunt, traurig, wütend. Alles gleichzeitig. Okay. Also Jurassic World und die alten Teile kann man immer gucken. Oha, ich wollte ihn voll schuben. Nee, nee, passt schon. Äh, jetzt. Äh. Wieso hast du keinen Namen? Ich weiß nicht. Du hast seit der letzten Season schon. Sorry. Es tut mir leid. Ich dachte, wieso schießt keiner auf den Gegner? Ich dachte, wieso schießt die auf mich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er hat nicht mal die Änderungen gespeichert. Oh, es ist so viel kaputt an dem Spiel. Unter uns. Äh. Soll ich einen Lodi kaufen? Auf dem Dach ist ein neues Team. Komplett nur. Äh. Cluster. Bei uns beim Dach. Pass auf, Tricks. Der. Knallt direkt auf uns. Okay. Steck. Ah ah. Noch einer oben. Oh mein Gott, wieso legt das so? Da. Ist da eine Luftschlag drauf? Da. Ist der Luftschlag drauf? Der. Da ist der. Der Schild. Da ist der. Da ist der Schild. Da ist der Schild. Der Schild. Der Schild. Der Schild. Was ist so dumm. nein ich bin so dumm ich rutsche in ihn rein bin ich schlecht bin ich schlecht das gemacht habe selbst schuld ja fast für das beste beispiel dafür aus ich glaube prime brauchst du oder disney plus ich weiß es nicht wie dumm ich das gemacht habe also ich bin ja echt oft dabei eine erklärung zu suchen die nichts mit mir zu tun hat wie mein aim ist das gerade zu dem gegen habt ihr es gesehen geisteskrank aber das war absolut nur meine schuld genau ich habe noch ein bisschen drei stück die tusten die jetzt drei habe ich einer fliegt hier noch umher und eine schiebe mir die snipers die kommen vor uns kommt geht wieder hoch geht wieder hoch die kommen vor uns fast k.o. links jetzt ist er k.o. zwei teammates kommen unter mir ist einer ich bin bei dir einen habe ich beiden habe ich schön und einer fliegt auch die platten ich habe auch die frisse scheiße amerikaner nach tokyo drift also ich muss sagen tokyo drift fand ich beim ersten mal gucken absolut scheiße weil ich gar nicht gecheckt habe welchem weltnis zueinander steht hier ist geld vielleicht hat die möglichkeit oh nein tokyo drift habe ich halt gar nicht kapiert weil ich nicht verstanden habe wie der in die ganze reinpasst und nachdem ich es verstanden habe fand ich es voll in ordnung ja same und vor allen dingen ist der richtig gut wenn du die ganze geschichte kennst und er hat so seinen eigenen stil und das finde ich cool ja also da muss ich ganz ehrlich sagen den haben sie nicht nicht schlecht gemacht die charaktere das fehlt an manchen stellen aber naja aber jetzt ist es halt also die letzten drei teile fand ich ehrlich gesagt alle einfach nur noch quatsch ich glaube wir müssen wieder aus spüssen dass wir nicht nach oben kämpfen müssen hat er gerade eine gasgranate nach mir geworfen ok jetzt kriege ich besucht und tschüss pass auf unsere höhe oh mein gott die haben wir gar nicht gesehen bei mir vorgestunt gehabt und dann mit seiner pwsh der ist unter uns er kommt diese scheiß pps hane der strom der strom der strom der strom von mir weg der strom von mir weg der strom von mir weg und dann mit seiner höhe einer unter dir auf der strom von mir weg oder wenn wir reden um rüssen nene deep break ach man wieder pbsh ja ist weg hier ist blut alles alter hinter dir schon noch diese scheiß pbsh ne es ist so ne gottlose waffe wo ist denn der jetzt über euch denn auf jeden fall kein shop kein shop komm geht links rein wir sind rechts auf dem dach nein ich wollte ein cluster machen und auch du bist am leben überleben unter den letzten fünf klasse nach 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 Untertitelung des ZDF, 2020